So, ich habe vor ein paar Tagen ja endlich mein Soundsystem gekriegt, nachdem meine DSS-350 hier abgeraucht sind. Jetzt habe ich wieder ein Philips, das habe ich für mein altes Handy gekriegt, das freue ich mich natürlich drauf, Geld gespart. Und hier handelt es sich um ein Philips AX600 System. Das war etwas älter, so Jahre 2004, 2005 kam das wohl raus. Naja, und jetzt will ich es mal testen. Also ich mache jetzt hier noch einen Bass-Test und ich sage euch achten mal oben auf das Handy und die Box oben. Das große ist natürlich der Saffi-Attack und die großen sind zum Testen, ob die tanzen. Oben auch wenn ihr das Handy weiß, ich werde tanzen, die Box da oben wird aufwandern. Und unten sieht man einmal hier, hier, hier und da boxen. Und dann nehmen wir mal los. Ich nehme jetzt mal einen klassischen Bass-Test von Yopu. Der erste, der dann das erste Video was rauskommt. Nehmen wir mal los. Ich weiß, das Mikrofon wird das extrem scheiße aufnehmen. Ich weiß nicht, dass dieses, der Bass-Test relativ zwar ordentlich ist, aber zum Stau. Ich drehe mal hoch. Ich gehe jetzt auf Maxi oben. Da drehe ich jetzt auch mal auf Maxi oben. Ich drehe lieber mal hier langsam hoch. Weil ich werde euch mal einfach zeigen, ich werde immer an 5er Stufen hochgehen. Das heißt, es wird relativ ordentlich jetzt werden. Nehmen wir mal los. Ich bin jetzt auf Laptop-Lautstärke, also Sound-Captor als Maximum. Und der Recorder steht auf Stufe 10 im Moment, im Action-Modus. Das heißt, der Subwoofer wird ordentlich angesprochen. Das ist jetzt auch aktiv, richtig aktiv. Und wir machen mal los. So, der Decorder ist auch auf Maxi. Man hört nichts mehr, weiß ich. Es ist ja mal leise. So, das war jetzt Stufe 10. Jetzt gehe ich hoch. Stufe 15. Deswegen geht es Stufe 15. Äh, bis 40. So. So, das war jetzt. Also, das war Stufe 15. Stufe 20. Hm, ne. Stufe 25 Jetzt sieht man das recht was Stufe 25 von 20 Stufe 25 Stufe 25 Stufe 30 Und hört jetzt auch, wie du aufs Pauschen etwa Stufe 25 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich glaube, das hat schon gereicht. Okay.